Hey ihr Lieben, hier ist wieder eure Julia von Händchen in Hand, eure Ex-Grundschullehrerin. Und heute mit der spannenden Frage, was wenn ADHS überhaupt keine Krankheit ist. Ja, wie bin ich drauf gekommen? Ich habe heute ein tolles Reel gesehen und hatte auch heute schon ein Video aufgenommen, was ich hier mal verlinken kann, nämlich dass Kinder immer mehr ins, also immer mehr Kinder ins System hinein therapiert werden müssen, sozusagen. Und dann habe ich direkt, also wie so Synchronicitäten immer sind, auf Instagram eben ein Reel gesehen, wo auch eine junge Frau darüber gesprochen hat, dass ADHS ja eigentlich überhaupt keine Störung ist. Ja, dass es einfach eine andere Art der Verarbeitung ist, dass wir andere Gewohnheiten haben. Ich sage jetzt mal wir, weil ich mich da zum Teil auch mit einordne. Zum Beispiel, dass wir unter Druck halt gut arbeiten können, obwohl ich da eigentlich ja anders bin. Oder dass wir halt einfach so viele Gedanken auf einmal haben, dass es vielleicht so wirkt, als können wir uns nicht konzentrieren. Aber wenn die anderen Menschen diese Art Input hätten, dann könnten sie sich natürlich auch nicht so gut nach außen hin konzentrieren. Aber das sind trotzdem auch die Menschen, die am Ende, sagt man ja immer, der Rebell im Klassenzimmer, wenn man nach draußen geht, dann führt der die Meute an. Weil einfach manchmal diese Rundumsicht, ja, die ist einfach manchmal wichtig, um voranzukommen im Leben, ja. Und auch, um vielleicht Gruppen zu führen oder um jemandem Selbstvertrauen zu geben, um freundlich zu sein, hilfsbereit zu sein. Denn wir haben das ganz häufig, dass die ADHS-Kinder, also die zumindest so diagnostiziert worden sind, dass sie sehr, sehr sozial auch empathisch sind und überhaupt, ja, einfach sich sehr gut einfühlen können, auch in andere. Und es ist so schade, dass dieses Feedback, das war auch noch ein Reel, was ich heute Morgen gesehen habe, dass halt die ADHS-Kinder oder eben die neurodivergenten Kinder so und so vielmal mehr schlechtes Feedback in ihrem Leben erhalten und trotzdem sich vielleicht zum Teil noch ihre Ursprünglichkeit erhalten können. Und das ist wirklich Gold wert, weil Menschen, die einfach outside of the box denken können, die sind einfach die, die wir jetzt brauchen, ja. Weil wir sehen ja, was passiert, wenn die ganzen normal los, und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber wenn die halt immer nur alles bestimmen. Ich finde, eine gute Mischung ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Und was wäre, wenn sich zeigen würde, dass wenn zum Beispiel ADHS-Kinder, ich sage jetzt mal einfach ganz plakativ, auf dem Bauernhof Schule machen könnten. Was wäre, wenn die im Wald Schule machen könnten? Was wäre, wenn die nicht in dieses System hinein gepresst werden würden? Was wäre, wenn sie auch schon Verantwortung übernehmen dürften, ja? Weil gerade ADHS-Kinder brauchen auch diese Verantwortung, diese Herausforderung. Ja, nicht so dieses, ach, jetzt schreibst du mal noch eine Reihe das und jetzt machst du mal noch das. Und das, daran musst du noch denken. Nein, die brauchen ihren eigenen Aufgabenbereich, die brauchen ihre eigene Verantwortung. Und dann auch natürlich ein Thema, was sie interessiert. Und dann ist das eine ganz andere Geschichte für die, ne? Und es ist eben wirklich so, dass wenn wir so von dieser Realität ausgehen, wie sie ist, es gibt vorgegebene Dinge, daran hat man sich zu halten. Wenn man sich nicht daran hält, kriegt man Ärger. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es eben diese vorgegebenen Dinge nicht geben würde in der Schule. Dass diese Kinder eben wirklich sehr frei sich entfalten könnten. Und dass es einfach nicht darum geht, irgendwelche Vorstellungen von Erwachsenen zu erfüllen, sondern dass es einfach darum geht, vielleicht kreativ zu spielen. Vielleicht auch Musik zu schreiben, vielleicht ein Theaterstück auf die Beine zu stellen, vielleicht ganz viele Dinge auf einmal zu wuppen, wie Kulissen anzufertigen und gleichzeitig auch den Text einzuüben. Und da sind eben Leute auch gut und nicht gleich überfordert, die eben vielleicht so eine gewisse Art Merodivergenz haben, ob wir das jetzt ADHS nennen oder ob wir das PDA nennen oder ganz egal. Ja, es gibt ja da auch immer viele Schnittmengen. Hier verlinke ich euch mal meine PDA-Playlist. Da könnt ihr mal schauen, falls du noch nicht weißt, was es ist. Ich meine damit nicht die Betäubung während der Geburt, sondern das ist ein Kürzel, das für Pathological Demand Avoidance steht. Also Kinder, die sich generell immer allen Vorschriften gerne entziehen möchten, weil sie einfach durch diese Vorschriften sich sehr unter Druck gesetzt fühlen. So, und was wäre, wenn diese Menschen eben mehr und mehr das auch leben dürften, ihre Art und Weise zu sein und nicht dauernd damit beschäftigt wären, so zu werden wie die anderen, sondern was wäre, wenn wir diesen Kindern einfach einen Weg geben, eine Möglichkeit geben, sich frei zu entfalten. Denn mal ganz ehrlich, welche Menschen, die heutzutage oder auch bis vor 30 Jahren zurück vielleicht, oder sagen wir 20, als der Hype so kam, zumindest hier in Amerika gibt es den ja schon eine Weile länger, was wäre, wenn wir diesen Menschen, diesen jungen Menschen, die Chance geben würden, sich frei zu entfalten, weil, und da war jetzt, glaube ich, gerade abgekommen, weil eben wirklich viele Menschen, die heute sagen, ja, ich hatte ADHS, ich hatte die Diagnose, viele Menschen, die vielleicht die Diagnose nicht hatten, aber sich heute da einordnen, die durften sich ja ihrem Neurotyp entsprechend nicht entfalten. So, und deswegen sagen wir jetzt immer, das ist irgendwas Negatives, das ist was Krankhaftes. Und dabei haben wir kaum Beispiele für Menschen, die sich mit diesem ADHS-Brain, diesem ADHS-Gehirn, die sich damit frei entfalten durften, eben ohne negative Feedback-Schleife, ohne immer ermahnt zu werden, ohne immer Angst zu haben anzuecken, ohne immer alleine dazustehen, ohne immer der Sündenbock zu sein. Sondern was wäre, wenn wir mal schauen, was aus diesen Menschen wird, wenn wir sie mal mehr freilassen, wenn wir sie mal einfach machen lassen, wenn wir ihnen einfach mal vertrauen, dass auch sie auf ihre Weise ein Leben meistern können. Ja, was wäre, wenn wir sie nicht erst umerziehen, sondern sie wirklich freilassen. Und dann würden, glaube ich, ganz, ganz, ganz tolle Dinge entstehen. Und das ist natürlich die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite der Geschichte ist, dass jeder Neurotyp Unterstützung braucht. Ja, genauso wie vielleicht ADHS-Menschen super kreativ sind, brauchen sie vielleicht ein bisschen Unterstützung, um in dieser Übergangszeit ein Leben sich zu strukturieren, um sich nicht zu verzetteln. Ja, da brauchen sie einfach vielleicht ein bisschen Feedback, aber liebevolles Feedback. Und genauso brauchen neurotypische Menschen vielleicht ein bisschen Unterstützung dabei, ihre Kreativität fließen zu lassen. Ja, sich dem hinzugeben. Oder mal auf die Kleinigkeiten zu achten. Oder die Details wahrzunehmen, die wir gerne übersehen. Ja, heute gibt es tausende Retreats, wo wir lernen, wie wir Aura sehen können. Wo wir lernen, wie wir meditieren können. Wo wir lernen, achtsam zu sein. Ja, und das sind natürlich alles Dinge, die bei neurotypischen Menschen auch schnell in den Hintergrund gedrängt werden. Und Dinge, die sie wieder lernen wollen. Ja, channelen lernen. Ja, alles diese Dinge, solche, ja, neue Welt-Dinge, die sind natürlich uns sehr abtrainiert worden. Ja, wir haben vielleicht alle einen unsichtbaren Freund gehabt, als wir klein waren. Ich verlinke mal hier das Video zu den Kindern der neuen Zeit. Und es gibt eben Neurotypen, die eher dazu in der Lage sind, diese Dinge sich rüber zu retten, aber dafür dann halt als Freak gelten. Ja, weil sie einfach anders sind und komisch sind. Und vielleicht einfach auch manchmal Dinge aus einer Motivation heraus tun, die für sie total Sinn macht und logisch ist, die aber bei den anderen Menschen nicht so gut ankommt, weil sie überhaupt nicht wissen, warum macht denn der das jetzt so? Ja, warum guckt denn der da jetzt so? Oder warum macht denn der so? Oder, ja. Und dabei wäre es für uns alle viel gesünder, wenn wir unserem Körper mehr folgen würden, wenn wir mehr auch unsere Impulse nicht dauernd unterdrücken würden. Ja, das fängt schon an dabei, dass wir uns melden müssen, wenn wir mal auf Toilette wollen. Das sind alles so Sachen, wo wir erst wieder hinkommen. Und wir wissen gar nicht, was ist überhaupt gut und normal. Und deswegen können wir auch schwer sagen, dass Kinder, die ein diagnostiziertes ADHS haben, wirklich krank sind. Sie sind vielleicht nicht so funktionsfähig wie andere Kinder innerhalb der von uns willkürlich erschaffenen Systeme. Aber das heißt nicht, dass sie nicht in anderen Systemen total vorneweg laufen können. Und genau das will ich euch auch mit meinem Kurs vermitteln. Der heißt Neurodivergente Kids ins Glück begleiten. Dazu verlinke ich dir mal meine Homepage hier oben. Da kannst du noch mal ganz genau schauen, ob das was für dich ist. Da erzähle ich euch strukturiert und organisiert, so schwer das auch für mich ist, in sechs Glücksbausteinen, warum wir mit den Kindern anders umgehen müssen und was sie genau brauchen, um auch ein glückliches Leben zu führen, um nicht die Psychiatrien zu füllen, um nicht später eine höhere Selbstmordgefahr zu haben, um nicht später im Gefängnis zu landen oder auf die schiefe Bahn zu geraten oder in eine Sucht zu tappen. Einfach aus der Traurigkeit heraus, dass wir in dieser Welt nicht so ankommen. Ja, weil Depression ist eigentlich kein Merkmal von ADHS. Die Depression kommt, wenn die ADHS-Kinder nicht so angenommen werden, wie sie sind. Ja, und genauso ist das auch mit allen anderen Neurodivergenztypen. Ja, ob das jetzt PDA ist, ob das Autismus Spektrum ist, Hochbegabung. Ja, die Depression ist nie Symptom von diesen Dingen. Ja, ein autistisches Kind muss nicht depressiv sein. Ein PDA-Kind muss nicht depressiv sein. Ein ADHS-Kind muss nicht depressiv sein. Ein hochbegabtes Kind muss nicht depressiv sein. Wann werden die Kinder depressiv? Wenn sie nicht angenommen werden. Wenn sie öfter ermahnt werden als alle anderen. Wenn sie öfter als Sündenbock hergenommen werden. Wenn sie öfter immer wieder ins Fettnäpfchen treten und dann auch ausgelacht werden oder gemobbt werden. Wenn sie provoziert werden von ihren Menschschülern. Ja, dann kommt die Depression. Verständlicherweise. Ja, und das heißt ja nicht, dass wir uns nicht gegenseitig, ja, die neurotypischen Menschen und die neurodivergenten Menschen, dass wir uns nicht unterstützen können. Dass wir nicht therapeutische Angebote annehmen können. Oder einfach, ja, nennen wir es mal nicht therapeutisch. Das klingt immer so nach Arzt und Krankenhaus. Nennen wir es mal bewusstseinserweiternde oder unterstützende Angebote wahrnehmen können. Ja, wo wir uns einfach mal überlegen, okay, was möchte ich meistern im Leben? Was möchte ich lernen? Ja, ein ADHS-Mensch möchte vielleicht lernen, die Welt mal mit den Augen eines neurotypischen Menschen zu sehen. Ja, dann kann man da mal einen Achtsamkeitskurs besuchen. Und ein neurotypischer Mensch möchte vielleicht mal sehen, wie ist das für ein ADHS-Gehirn? Ja, wie läuft das da ab? Wie denkst du? Und deswegen bin ich auch bei Konten und Accounts, die das wirklich sehr gut rüberbringen, bin ich auch sehr dankbar. Ja, live is live. Wieder mal eine Unterbrechung. Aber was ich damit nur sagen will, es ist wichtig, dass wir einfach diese Dinge mehr integrieren. Wir können uns gegenseitig inspirieren. Wir können gegenseitig schauen, wie funktionieren wir. Und genau das führt ja dazu, dass wir ein größeres Verständnis voneinander haben, füreinander. Und das finde ich so wichtig, weil das so oft fehlt, weil so oft eine Schablone an Menschen angelegt wird. So hat es zu sein, ja. Und wenn du so nicht bist, dann bist du nicht richtig. Und das ist ja das, was uns dann traurig macht und was uns allein fühlen lässt. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Und deswegen bitte ich euch wirklich, wenn ihr ein neurodivergentes Kind habt, seht es positiv, seht es als großes Geschenk und arbeitet mit dem Kind zusammen und versucht es so gut wie möglich in sein Leben zu begleiten mit so wenig Schramm wie möglich. Ja, natürlich können wir das im Leben nicht immer verhindern. Das ist ganz klar. Leider. Aber wir können Dinge besser machen. Wir können jeden Tag Dinge besser machen. Und wenn du Unterstützung brauchst in der Begleitung deines neurodivergenten Kindes, dann melde dich gern für ein Coaching. Ich freue mich immer, euch auch persönlich unterstützen zu können, helfen zu können. Denn diese Videos sind immer mehr nur Impulsvideos. Aber so richtig arbeiten an Dingen kann ich natürlich mit jemandem nur, wenn ich auch die individuellen Gegebenheiten weiß. Und da freue ich mich halt immer sehr drauf, weil ich da mittlerweile auch schon recht viel Gespür entwickelt habe und viel Erfahrung habe, eben durch die vielen Familien, die sich schon an mich gewandt haben. Und wenn du auch dabei sein willst, schau einfach mal durch, was ich dir verlinkt habe. Da gibt es verschiedene Coaching-Formate. Vielleicht ist ja für dich auch was mit dabei. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz kraftvolle Zeit. Falls ich hier oben noch eine Infokarte habe, verlinke ich euch mal unseren Instagram-Kanal. Wir sind jetzt wieder unterwegs und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr da auch mal vorbeiguckt und da gibt es dann immer aktuelle Infos. Und ja, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und ach ja, liken, teilen und so weiter. Freue ich mich auch immer mega drüber. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.